Gibt mir wenigstens einen fairen Punkt wieder. Ich muss den ganzen Weg... Ach gut, hier. Der Punkt ist nicht schlecht. Ey. Ganz ehrlich? Ey, ich starte rein, obwohl ich jetzt reinspreche, ist egal. Ähm. Ich starte und direkt... ...wär ich da in so einen Dingsbums gelenkt. Wassertank oder was auch immer sein soll. Das ist nicht normal, oder? Fine! Was du denkst? Ich denke, ich bin nicht in close proximity zu dir für extendeden Zeitpunkt. Und das auch für shorten Zeitpunkt. Oh, da gibt es eine Chance, wie die Minuten dauert. Haben wir's gemacht? Die, ich gehe um! Ich kenne sie an der anderen Seite! Ich habe es gehofft, dass sie durch hier kommen. Diese Tunnel funktionieren würde für ein Verwanderung. Sie gehen in, du kommst! Okay, sie werden zurück in die Öffnung. Es wird ein kurzer Aufmerksamkeit sein, aber du kannst die Trucks in da. Gut, okay. Ich nehme die Autos. Jetzt auf die Zeit. Hey! Es sieht aus, dass wir ein paar Ideen brauchen, um in das Gebäude zu kommen. Ich glaube, das ist möglich, Lef. Ideen kann ich das! Okay, wir schafft. Hey, ich hatte dich vor 30 Sekunden vor. Sag das an die Trucks. Okay. All right. Onion 86 in the building. Okay. 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 Now, if I remember from planning the tool store job, you're excavating the new LS Metro Tunnel around here. Take us around the building and find the construction site. Roger that! Looking for a big asshole! Okay. Okay. Soll der rumfliegen? Okay. 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 Soll denn hier bitte eins sein? Ich sehe keins. Ganz ehrlich. Hm. Okay. Na ja. Okay. Okay. in andere Richtung. Wo auch immer das sein soll. War ich zwar gerade, aber... Okay. Okay. Wie soll ich denn da reinfliegen? Ach so. Die hatten wahrscheinlich keine Lust mehr und dann sagen sie jetzt Komm Jungen, hier auf der anderen Seite, versuch mal reinzufliegen. Wurde gut auch. Ach hier. Das hätte ich niemals gefunden. Bin ich? Okay. Wer gibt dich zum Flugplatz? Ich konnte zu Michael wechseln. Ah, ich fliege mit Trevor. Ja. Also recht. Weinmolz. Angeline M. Hollywood. Well, then you don't know me, bro. I thought you'd say that. Der fliegt sich richtig scheiße. Der schwankt nur. Ey, Helikopter. Mal gucken, was Michael macht. Ist er schon da? Nein. Wo ist der denn? Hier. Hä? Der will jetzt mit dem Auto fahren, oder was? Okay, bringt Franklin zu sein Haus. Oh. Unfall. Ich hab gesagt, Radiohaus. Ich fühle mich ziemlich gut. Wir haben ein Lester Plan in. Er wird uns die Option. Da ist du, ein Typ, ich weiß, ich kann aufzunehmen. Und dann ist Trevor. Oh, ja, Trevor wird es getan. Willi? Ich hoffe so, Mann. Ich hoffe, du hältst es zusammen. Ey, du hast nicht so gut gemacht. Ja, du hast nicht so gut gemacht. Du bist selbst. Ja, aber du hast nur den F.I.B. und I.A.A. Und deine Familie, Mann. Du kennst dich, Mann. Und ich weiß, wer mich am meisten schützt. Ha, ha. Point taken. Also, du sagst mir über den Braden, und das Problem mit dem F.I.B.? Was ist passiert in Nord-Yankton, in der Zeit, irgendwie? Das ist nicht der Zeit. Mann, wir müssen zusammen sein, auf das größte jobb, der immer noch nie wird. Es ist niemals eine bessere Zeit, um mich in auf diese Sache. Es ist kompliziert, okay? Fuck, ich werde fragen, Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, alright? Just later. Gut. Tschüss, Franklin. Hey, when he's got something, Lester will be in touch. Geschafft? Yay! Hey! Ausspielen des großen Dings. Höhlenforscher, okay. Ist ja unser Tunnelblick. Hm, ne. Keine 100%, nicht mal ansatzweise. Gut. Mit unserem Bling-Bling-Auto. Ja, fahren wir mal nach M. Nach Michael. Michael. Oh. Oh. So. 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 Mal gucken, was Michael für Aufträge hat. Taxi-Mission müssen ja immer nochmal... Ich weiß nicht, ob die Streifenwagen-Mission noch gibt. Ob die Feuerwehr-Mission noch gibt. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Je nachdem. Habe ich gerade Bock. Gleich mal gucken. Hoppala. So. Ihn speichern wir natürlich. Und rein. M für Michael. Ist man eigentlich leben? Nein, brauchen wir nicht gut. Denn M für Michael. Okay. Hey, Mann. Fuck. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Ich will nichts, Mann. Komm, deine Firma ist gut genug, Mann. Ja, wie immer. Ja, danke. Ich mag das. Okay. So, family ain't back yet, huh? Nope. Ah, sie ist ein verdammt verdammt, Mann. Despite all das Chaos in diesen letzten Wochen, ich denke, ich habe es endlich herausgefunden. Ich weiß, das klingt schrecklich. Nein, das ist eigentlich nicht schrecklich. Weil du? Du bist ein Verletziger. Du bist ein Mann von Aktion. Du bist nicht auf der Bühne. Du machst die Schmerzen. Du bist zurück, Mann. Wir sind zurück. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, Mann. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job. And then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me. All right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead. And you're not a man. Well what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! I mean, let me just ask you something. All right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton. Exactly who was buried in your place. I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Oh fuck. Trevor! Hey! T! Ich wüsste auch gerne, wer da jetzt... Ey! Ah, great! Ja, wie? Ohne Auto? You're so cool. Fuck you! Hey, come on. Where are you going? You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on. We'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no! No, it's clear, and reasoned thought. Finally! Stop your car. Come on. Come back. We'll talk. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you. Everything. Just stop the car. Turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. I'll be something. It'll be an anti-climax. The grave's imp... Just a bag of sand. Something like that. Just smoke and mirrors. Ahhhh! Alive! How do you do it, man? The game is up! I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy. Alright? Save your fucking breath! Trevor, come on! Fuck you, Michael! Soon enough, I will. Okay, der ist ziemlich angepisst. Ziemlich, ziemlich angepisst. Special Agent Norton. Shit! Davey! Shit, he knows! I think he knows! What? Who? Think! Shit! Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. Well, I come, but I, 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 I... Yeah, don't worry about it. It's between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. I have no idea. I don't know. I don't know. I should go. I can't believe in my mind. I'm sure I'm not sure what... ...I'm sure I can think of it. That's not Michael Trevor... ...Ähm... 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 ...Brett da liegt. But, ansonsten, can I think of nothing. Oh, man! 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 Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und wie ich denke, will Michael jetzt aus der Stadt flüchten? For Trevor. Hoppala! So. Vergib dich zu... ...auf der obersten Etat. Okay. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Die oberste Etage. Achso, hier muss ich rein. Halt's Maul. Oh. Das wollte ich nicht. Ich bin schon mal drin. Aber ich sollte doch gar nicht runter. Ich sollte hoch. Ach, egal. Wird schon stimmen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwo hier hoch geht. Aber ich möchte den... Mann... Hochzug benutzen. Weiter runter will ich nicht. Ich will nur hoch. Ach, der ist ganz unten. Okay. Ah ja. Ich wollte eigentlich gar nicht erobern. Drück mal drauf. Drück doch mal drauf. Mann. Darf ich doch wieder hoch gehen? Wenn ich mir ganz falsch bin. Hey, das ist nicht dein Ernst. Michael. Kann ich den wenigstens benutzen? Nein. Ist ein Mist. Ist ein Mist. Lauf, Michael. Lauf. For Trevor, hätte selbst ich schiss. Wer nicht. Ganz ehrlich. Wer hat vorhin nicht schiss. Ich muss da irgendwie ein Terminal rein. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht nehmen wir einfach mal die Treppe hier hoch. Würde ich mal sagen. Ich muss da nicht wegschゃslieren. Das haben wir schon mal지 noch nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst. Ich muss das nothin wegsch wissen. Ich muss das nachdenken. Ich muss das nicht wegschauen. Das ist noch nicht wegschauen. Das ist noch nicht wegschauen. Da ist nicht wegschauen. Das ist noch nicht wegschauen. Vielen Dank.